natürlich nicht vollumfänglich zufriedenstellen, das ist doch klar. Aber trotzdem gibt es an diesem Wahlabend auch einige Punkte, über die wir uns zu Recht freuen können und auf die wir auch stolz sein können. Wir können stolz darauf sein, dass unsere Kampagne in Bayern mobilisiert hat. Die Wahlbeteiligung in Bayern, sie war deutlich höher als in anderen Teilen des Landes. Die Wahlbeteiligung in Bayern hat gezeigt, die Menschen waren mobilisiert. Sie sind zur Wahl gegangen, sie haben ihr demokratisches Urrecht wahrgemacht und sie haben einen ganz wichtigen Beitrag mit ihrer Stimmabgabe geleistet. Sie haben erstens zu einem signifikanten guten Unionsergebnis deutschlandweit beigetragen. Das, glaube ich, kann man auch jetzt schon sagen. Und, meine Damen und Herren, liebe Freunde, Sie haben mit Ihrer Stimmabgabe ein Linksbündnis verhindert. Das war eines der zentralen Ziele. Herziges Dankeschön für diesen Einsatz. Ich sage stellvertretend für unseren Parteivorsitzenden Dankeschön. Dankeschön für dieses Ergebnis der gemeinsamen Arbeit, der harten Arbeit. Aber wir wollen auch unserem Parteivorsitzenden Markus Söder Danke sagen, dass wir als CSU auch in Bayern bei diesen schwierigen Randbedingungen so dastehen und dieses Ergebnis errungen haben, hat ganz im Wesentlichen auch mit Markus Söder zu tun. Auch unserem Parteivorsitzenden herzliches Dankeschön für seinen Einsatz in diesem Wahlkampf. Vielen Dank. Vielen Dank.